Das erste Mal, dass ihre Existenz festgestellt wurde, war vor 17 Jahren in Afrika. Die meisten von ihnen wurden etwa zu dieser Zeit geboren. Der erste Unsterbliche war ein Soldat. Die Einheimischen nannten ihn Krieger Gottes. Als die US-Armee ihn gefangen nahm, zeigte sich, dass er tatsächlich nicht starb. Man versuchte wohl, es geheim zu halten, aber so etwas spricht sich schnell herum. Zur Zeit weiß man von 46 Ajin in unterschiedlichen Teilen der Welt, zwei davon in Japan. Womöglich gibt es weitere, die noch nicht enttarnt wurden. Genau genommen kann man es gar nicht wissen, bevor sie nicht sterben. Es könnte also durchaus sein, dass es auch hier einen Ajin gibt. In diesem Klassenraum. Ja, Watanabe? Ich hab gehört, dass es ein hohes Kopfgeld gibt, wenn man einen fängt. Stimmt das wirklich? Vielleicht kein Kopfgeld, aber irgendeine Art von Belohnung wäre möglich. Man könnte die Beute für sich beanspruchen. Beute? Nagai, was gibt es? Nichts. Eigentlich gar nichts. Haben Sie eine Frage? Sind denn die Ajin keine menschlichen Wesen wie wir? Was? Aber natürlich nicht. Also, kommen wir jetzt zum Nutzen der Ajin.